Kapitel 11 Alternative Lösungen Nutzen Sie den Kartenbildschirm, um Einsatzziele und wichtige Orte zu checken. Ich gebe dort einen Frachtkram, mit dem Sie den Marker zum Hangar heben können. Bitte, Sie müssen mir dabei helfen. Das ist der einzige Weg. Aufgabe hinzugefügt. Jetzt darf ich da durch. Oder weiß, dass ich da durch muss. Sage mal. Ein Klo. Ist da einer am Brechen? Ich weiß, dass ich Isaac heiße. Das müsste mir nicht ständig zuflüstern, liebe Leute. Wer auch immer ihr seid. Langsam, aber sicher wird es, glaube ich, auch wahnsinnig. Also, das hätte ichудet尾 Boot gemacht. Wenn ich das nicht possa healthcare suche fing, habe ich auch die completivize making. Tutschefefefeife. Danke für dich. Wenn es wieder so viel Zeug zum Sammeln gibt, dann kommt doch bestimmt gleich wieder irgendwas Großes, Böses auf mich zu. Oh nein. Nur ein Platzmeister. Sag mal. Hier sieht es aus wie ein Sauerstall. Was ist das? Mysteriös. Aktivieren, ja. Soll ich das überhaupt aktivieren? Ja. Au. Der Marker. Der Marker. Frachtlieferung 782. Dem weiteren Frachttransport wird Chinese Modul benötigt. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Sag mal, was haben die eigentlich dagegen, dass ich den Marker zurück auf den Planeten bringe? Ich denke, das ist das, was die überhaupt wollen. Ihren Marker zurück, wieder ganz und so weiter. Dass wir da nicht fallen, dass ich ihnen helfen will? Hallo. Hallo. Ja, ja, ist gut, ist gut, ist gut, ist gut. Oh, ich hab's verstanden. Ich hab's verstanden. Oh, ey. Oh, ich hab's verstanden. Widerliches, langes Mist. Wow. Nimmst du bitte mal dein Zeug? Oh, stirb einfach. So. So. Halleluja. Halleluja. Der Lastenaufzug. Marker ist im Hangar. Sie können ihn jetzt beschaffen. Heilung! Ach, die Schöpfe. Ja, und ich weiß, da kommt noch einer. Ach, die Schöpfe. Wie viel Munition hab ich eigentlich noch? Oh, geht. Oh. Da hoch, naja. Wer platziert da oben einen? Na egal. Nehmen wir es einfach mal so hin. Wo sollte ich jetzt da lang? Ich hab' die Stromzufuhr zum Aufzug wiederhergestellt. Bring ihn zum Hangar und schaff' den Marker an Bord des Shuttles. Ich geh' gleich hoch zum Flightdeck. Oh Gott. Ich renne lieber. Drück mir die Daumen. Ich drücke, ich drücke. Drei große Medifacts hab' ich noch. Was ist da? Also pack' ich keine drei Stück. Das war's. Da lang. Flug Lounge. Tü-tü-tü-tü-tü. Tick-tack, 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 tick-tack. Ja, ist ja gut. Ich weiß, dass ich mit dem Aufzug kann. So. Ist es nicht da, wo ich eigentlich ursprünglich herkomme? Also bin ich jetzt da wieder? Oh, hier ist aber duster. Ja. Zurück zum Anfang. Tom. Muss das jetzt sein? Ist auf dem letzten Meter. Sackermal. Wie viel halten die denn aus, bitte? Weg, 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 weg. Nehmen wir nochmal alles mit, was noch mitzunehmen ist. Weißt du noch was? Mitnehmen. Also, mit mitnehmen meinte ich jetzt eigentlich nicht diese Dinger. Ich werde jetzt das Shuttle andocken. Ganz vorsichtig. Ich tue das. Der fliegt aber ganz schön schäb. Schäb. Jetzt nicht auf der Seite. Dann muss ich wieder zurück. Ich bringe das Shuttle jetzt runter. Die automatische Verladestauerung reagiert nicht. Sie müssen die Schwerkraft im Hangar deaktivieren und den Marker manuell unter das Shuttle bringen. Das kann ich wo? Muss ich natürlich wieder zurück. Ah, hier drüben. Hier rein? Hier rein. So. Wow. Oh. Bluff. Hä? Ah! Ah, ich verstehe. Da ist er ja. Kann es sein, dass die Entwickler diese Viecher besonders mögen, weil sie sie mir wirklich dauernd auf den Hals setzen? Oh, eins ist noch unterwegs, ne? Ach, da. Ach, ja. Erstmal Zeug einsammeln. Hier ist noch jede Menge Glump. Hier noch Kisten. Wunderbar. Ah, da hinten ist noch eine Kiste. Wiii! Also, so schwere Lust sein muss echt lustig sein, irgendwie. Also mal, ich flieg mal eben da rüber. So.